Ich bin ganz alleine. Oh oh, wenn jetzt noch ein Clown kommt, bin ich für den Arsch. Hinten ist schon so ein Generator am Wagen. Warum bin ich so nah? Ist das... haben die die Perspektive geändert oder was? Ich finde, das ist viel näher dran. Ja, bist du. Boah, das hier ist so ein Spezial-Ding, den Kürbis noch nicht so. Was machen die? Die geben uns Punkte extra, muss ich gleich mal gucken. Ah, die kommt, die kommt. Egal, schaffen sie. Vielleicht nicht. Natürlich hat sie mich getroffen. Sie hat mich weggenommen. Der ist fertig. Ach so, was muss ich machen? Ich hab's vergessen, ich muss ja weggenommen. Habt ihr die Punkte gekriegt? Ich nicht. Ich hab keine Punkte. Doch, 3.000. Für Reparaturbonus stand da irgendwas. Ja. Ja. Sie ist zu dir. Sie geht zu dir. Zu mir? Nee, zu dem Jen ist sie nochmal gegangen. Ja, der ist fertig. Da kann sie ein Stück machen. Ja, scheiße. Sie rett hier rum. Sie ist eine Camperin. Aber da hinten sind zwei am Jen irgendwie... Da ist sie hin. Ich muss zwei Leute sicher retten. Also lass dich nicht hauen. Oh nein, sie kommt, oder? Ja, lass dich nicht hauen. Du bist lustig. Ich bin gar nicht rangekommen. Er ist noch immer am hängen. Ich bin weg. Ich nehm Hit. Oder so. Was war das denn? Das war die Palette, oder was? Ich hab sie umgehauen, dass du wegkommst. Ach du Scheiße, wo ist die hier gerannt? Ja, hinter mir her. Nee, hinter mir eben. Ach, hier hat er sogar ähm, die ist denn, ähm, Strike, wie heißt das? Ich läuft auch ab, sehe ich. Kannst du mich heilen? Ja. Fuck. Was denn? Der andere ist dran. Ja, aber die andere liegt über der. Ich hab nicht mal den. Braucht die gute. Ja. Sie läuft auch in meine Richtung. Die Kürmisse sehen ja geil aus, wie bei den, ähm, Haken. Da sind Kürmisse drumherum. Ja, das sind diese Spezialdinger. Wie, die Spezialhaken auch? Hier. Wenn sie uns da aufhängt, dann kriegst du extra Punkte. Beim ersten Aufhängen. Och nein, die rennt ja direkt hin. Aber nee, doch nicht hier. Ich krieg die Punkte. Und wenn ich den Haken kaputt mach? Ja, und dann, äh, ja dann wurd's ja schon aufgehangen. Wenn du das erste Mal an dem Haken aufgehangen wirst, dann kriegst du die Punkte. Wie bei den Jens bei uns halt. Boah, hast du mich erschreckt? Ja, ich bin jetzt gleich durch. Ich will aber auch durch sein. Oh, die Punkte hab ich nicht gekriegt. Du bist aber hier in der Nähe, pass auf. Du musst anscheinend dran, gearbeitet zu haben. Na, kille heute, der ist der andere. Oh, ich hab gedacht, du dingst mich hier. Du hältst mich mal. Wo bist du denn? Ja, jetzt bin ich weg. Ich bin davon ausgegangen, dass die paar Schritte hinter mir her los. Habt ihr gerade einen Kürbis-Ding genommen? Ja, hier ist einer. Ach so. Ein Toten ist weg. Ich hab einen auf der Hälfte. Die ist hinter mir her. Ist das die Kürbis? Ah, ja. Ach, du bist das. Ja. Ja, ich hab allerdings keinen, äh, Scheiße. Das war so knapp. Wenn du vom Fettig machst, ich halte dich schnell. Sonst weiß die, dass wir hier sind. Das weiß die, glaub ich, nach dem Knall jetzt auch schon. Scheiße! Ja. Und der ist bei uns in der Nähe. Ach, ja. Ist auf der anderen Seite der Map? Direkt neben dem Haus ist, oder? Was sieht's aus? Äh... Willst du ihn holen? Ich hab schon zwei Punkte. Ach so, auf dem Ding drauf. Sie ist, äh, weggegangen in die andere Richtung. Sie guckt nochmal, wer hier kommt. Äh, jetzt seh ich sie nicht mehr. Hier stand auch eine, die dich, glaub ich, holen wollte. Ja, sie guckt wieder, sie wirft was. Achtung, sie kommt. Ich muss aber jemanden runter. Ja, geh, geh, geh hier, hier runter, ja. Oh, sie wird mich nicht so... sie wird mich hekriegen. Ja. Die ist hinter mir, ja. Ne, ist sie nicht. Ne. Nils, der Jen mit dem, äh, Köbis, der ist ganz beschissen. Der ist hier vorne an einem Haus, direkt dran, hinter so einem, äh... Ah, ja, ich weiß, da bin ich. Quatsch. Ich kann runterspringen, ja. Okay. Da bist du, du trainierst, oder was? Ja, da bin ich, genau. Also, kommt mich nicht holen, macht was auch immer ihr macht, ihr geht zu euch direkt hin. Zu wem? Weiß ich nicht, ach ne, zu der Verletzten. Ja, zu dem, ja. Ich hab nicht gleich auf der Hälfte bin. Ich hab meinen auch auf der Hälfte gleich. Sie kommt, sie geht... Sie geht direkt zu dir, Silk, oder? Sie geht direkt zu dir, Silk, oder? In deine Richtung, Silk, ja. Jetzt seh ich sie nicht mehr. Soll ich die versuchen zu holen, dann? Aber meiner ist drei Viertel. Ich bin noch weiter als du, eigentlich. Ja, dann machen wir die kurz fertig, dann holen wir sie. Ja. Dann haben wir auch beide. Aber ich bin verletzt, also... Hast du Adrenalin? Nee. Oh, ich hab den Pirk nicht mehr drin, scheiße. Ich hab nur hart im Nehmen. Meiner ist durch. Ja, meiner auch durch. Ich hab gedacht, ich hab den mit dem gejammer... Nein, was war... Wo stand ich denn jetzt? Ach, scheiße! Holt ihr die? Ich mach das Tor auf. Stimmt. Ich hab gegen Adrenalin... Äh, bin ein Killerkiller. Ich hab gegen Adrenalin getauscht. Ach, Mann, wenn man nicht mehr weiß, was man drin hat. Ach, Mann, wenn man nicht mehr weiß, was man drin hat, dann. Ja, ich hab... Ach, schon? Ach, schon? Ja, ich mach... Ich hatte ja auch harte Nehmen rein gemacht, zuletzt. Ach, ich hab... Wie hätt ich's bei... Die Tür ist... Soll ich die Tür aufmachen, oder noch nicht? Sagt was! Ja, renn raus! Ach, ich werd sofort... Ja, aber das soll ich die holen. Werden die Silke noch holen? Was ist denn... Sollt sie die Tür öffnen und rausgehen? Wie oft denn noch? Die Tür ist auf. Naja, sie geht's mit, die Silke. Ach, scheiße. Weil ich bin auch verletzt. Ich bin nicht jetzt... Ja, ich halte dich mal. Ja, aber... Ja, aber... Ich fluchte ja auch nicht. Die andere versucht, die andere Tür aufzumachen. Solange versuche ich noch durchzuhalten, damit die rauskommen. Ist sie bei dir noch, die äh... Ja, ja. Die geistert da oben und da oben. Du bist auch im Keller, oder? Wo bist du? Ja. Scheiße, ey. Okay, set die Tür auf. Also, gehen wir raus. Ja, du bist tot. Okay, dann gehen wir. Schade, dass wir nicht alle entkommen sind. Ziele besessen hat ich gesagt. Aber ich... Das war so dämlich. Ich lag am Boden. Und Nils so... Lauf! Und ich so... Wie soll ich denn laufen, wenn ich am Boden lieg? Hab ich nur gedacht, weißt du? Und ich so... Scheiße, ich stehe da schon wieder! Ich hab mal gesehen, wie du wieder aufgestanden bist irgendwie und... Ich hab mal gesehen, wie du wieder aufgestanden bist irgendwie und... Ich hab mal gesehen, wie du wieder aufgestanden bist irgendwie und... Oh, das war so dämlich gerade. Boah, das hat, äh... 63.000, oder? Nee. Nee.